Ist es dir auch schon einmal passiert, dass du dein Trading-Konto Tag für Tag positive Ergebnisse erzielt hast, deine Kapitalkurve ist konstant steigend und dann mit einem Tag ruinierst du die Gewinne von einer ganzen Woche oder sogar zwei Wochen und bringst dein Trading-Konto total in den Verlust. Dieser Verlust ist meistens so groß, dass du ihn nur mit sehr, sehr viel Aufwand und über natürlich wieder viele Trading-Tage ausgleichen kannst. In diesem Video werde ich konkret auf das Overtrading eingehen und werde dir konkret fünf Dinge an die Hand geben, wie du das vermeiden kannst. Los geht's! Die Finanzmärkte, vor allen Dingen die sehr, sehr volatilen Märkte wie der Nasdaq, bieten uns als Trader sehr, sehr viele Trading-Gelegenheiten, denn sie bewegen sich ständig hoch und runter. Und das ist die größte Herausforderung eines Daytraders, genau zu wissen, wann man traden soll und wann nicht. Um dann letzten Endes auch das Overtrading zu vermeiden und seine Emotionen im Griff zu haben. Schritt 1, um das Overtrading zu vermeiden, ist, dass du eine klare Strategie hast mit klaren Regeln, die du dir aufschreiben kannst. Halte dich unbedingt an deine Strategie, denn diese Strategie, die hast du für dich entwickelt. Du hast Backtests gemacht, du hast Demo-Trading gemacht und diese Strategie funktioniert für dich. Du kannst sie umsetzen, also halte dich auch daran. Als zweites solltest du dir im Daytrading unbedingt einen maximalen Tagesverlust definieren. Dieser maximale Tagesverlust, der sollte natürlich auch entsprechend zu deinem Konto sein und zu deinem Risiko- und Moneymanagement passen. In meinem Fall riskiere ich pro Trade 250 US-Dollar mit einem Nasdaq-Kontrakt. Das sind 50 Ticks im Nasdaq und das sind 250 US-Dollar. Und ich habe einen maximalen Tagesverlust von 400 US-Dollar. Das heißt, wenn ich zwei komplette Verlust-Trades habe, was sehr, sehr selten vorkommt, dann beende ich den Trading-Tag. Als drittes solltest du dir auf jeden Fall auch die maximale Anzahl an Trades definieren. Hier siehst du einmal einen Nasdaq-Chart und du siehst, dass ich hier in diesem Trade nach der US-Börseneröffnung vier Trades gemacht habe. Der erste war ein Break-Even-Trade, wo ich sehr, sehr aggressiv war mit meinem Risiko-Moneymanagement. Die zweiten, dritten und vierten Trades waren sehr kurze Scalping-Trades mit sehr kurzen Gewinnzielen und haben letzten Endes hier zu einem Gewinn von 14 Punkten im Nasdaq geführt. Das sind 280 US-Dollar. Nach diesen vier Trades beende ich den heutigen Trading-Tag, denn meine maximale Trading-Anzahl pro Tag sind sechs Trades. Ich möchte nicht viel länger traden und das ist auch gut so. Eine andere Methode, um nicht ins Overtrading zu kommen, ist auch deine Trading-Dauer zu definieren. Wenn du zum Beispiel innerhalb von einer Stunde nicht profitabel bist, warum sollte man noch eine zweite Stunde dort sitzen? Es ist meiner Meinung nach viel effektiver, nach einer Stunde den PC zu verlassen und etwas anderes zu machen und dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, um dann letzten Endes wieder konzentriert und fokussiert traden zu können. Der vierte Punkt auf meiner Liste, um das Overtrading zu vermeiden, ist, dass man nach jedem Verlierertrade fünf bis zehn Minuten lang Pause macht. In dieser Pause solltest du unbedingt den PC verlassen. Gehe auf den Balkon, gehe raus an die frische Luft. Ich mache in solchen Phasen 50 Liegestütze, denn das bringt mich in einen mentalen, ausgeglichenen Zustand. Das macht eine positive Hormonausschüttung und ich fühle mich, nachdem ich 50 Liegestütze gemacht habe, einfach gut. Vielleicht hast du auch irgendwas, was dich wieder in einen positiven körperlichen Zustand, in einen positiven Mindset-Zustand nach einem Verlierertrade bringt. Das ist natürlich individuell unterschiedlich und frage dich, was das für dich ist und mache das nach einem Verlusttrade. Der fünfte und letzte Punkt, um das Overtrading zu vermeiden, ist natürlich, wenn du es nicht selbst schaffst, dass du da eine Trading-Software benutzt. Eine professionelle Trading-Software, wie zum Beispiel Sierra Chart, hat einen Risikomanagement integriert und somit kannst du deinen Tagesverlust begrenzen. Das ist zum Beispiel hier in Sierra Chart möglich über Global Settings, Global Profit Loss Management. Und hier siehst du einmal meinen Trading-Account, mein Profit- und Loss-Management. Ich habe hier einen Stop-Loss-Trigger-Value von 400 US-Dollar hinterlegt und dieser ist hier aktiviert. Und wenn dieses unterschritten wird, dann werde ich hier ausgeloggt, steht hier Lock4Day. Das heißt, mein maximaler Tagesverlust kann hier letzten Endes nur 400 US-Dollar betragen. Wenn diese 400 US-Dollar erreicht werden, dann wird meine aktuelle Position geschlossen und ich kann somit nicht deutlich mehr als diese 400 US-Dollar am Tag verlieren. Viele professionelle Trading-Software haben sowas integriert. Eine andere Software, die sowas auch integriert hat, ist zum Beispiel Top-StepX. Top-StepX, hier ist eine Trading-Software der Fremdkapitalfirma Top-Step. Diese haben hier eine eigene Trading-Software entwickelt und unterstützen somit ihre Trader im Trading-Erfolg. Hier unter Risiko-Settings haben sie das Gleiche definiert und hier siehst du letzten Endes, dort habe ich auch ein Personal-Daily-Loss-Limit von 400 US-Dollar eingegeben. Wenn das erreicht wird, dann wird meine Position liquidiert und mein Konto für den Trading-Tag gesperrt. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr erfolgreiche Sache und eine sehr, sehr gute Sache, um dich vor dem Overtrading zu schützen und somit letzten Endes dein Konto vor einem irreparablen Schaden, der nur über sehr, sehr viele Trading-Tage wieder auszugleichen ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir unbedingt ein Like da, schreib gerne einen Kommentar unter das Video, wenn du mehr von solchen Videos sehen willst und natürlich, wenn du auf das nächste Level zum Trading-Erfolg kommen möchtest, dann schau dir gerne meine Webseite an, buche ein kostenloses Gespräch mit mir. Ich werde dir Schritt für Schritt erklären, was du machen musst, um zum langfristigen, konstanten Trading-Erfolg zu kommen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Trading-Tag. Achte unbedingt auf dein Risiko Money Management. Bis zum nächsten Video.